so testen wir doch mal diese direktaufnahmefunktion von youtube mal gucken wie gut das funktioniert also sozusagen live aufnehmen natürlich nehme ich dafür nichts schwieriges ist ja logisch ihr werdet ihr das lied kennen auf einem baum drei rahmen stolz die waren so schwarz wie eben holz so schwarz wie eben deine seh' und davon ich euch jetzt erzähl' so schwarz wie eben deine seh' und davon ich euch jetzt erzähl' der eine sprachgefährte mein was soll die nächste mahlzeit sein in jenem grund auf grünem feld da liegt in seinem blut ein held in jenem grund auf grünem feld da liegt in seinem blut ein held die wunde liegen auch nicht fern sie halten wacht bei ihrem herrn drei falken kreisen auf dem plan kein vogel wagt es ihm zu nah drei falken kreisen auf dem plan kein vogel wagt es ihm zu nah da kommt ein blut da kommt zu ihm ein zartes reh ach dass ich meinen liebsten seh' sie hebt sein haut vom blut so rot der liebste den sie küsst war tot sie hebt sein haut vom blut so rot der liebste den sie küsst war tot ein habe spricht doch gebet acht es folgt ein morgen auf die nacht die falken sind nicht mehr zu sehn nun lasst uns würstlich speisen gehen die falken sind nicht mehr zu sehn nun lasst uns würstlich speisen gehen und auch die hunde im verein die nagen fleisch ihm vom gebein und auch sein treues mägdelein schläft schon am abend nicht allein und auch sein treues mägdelein schläft schon am abend nicht allein ja wenn's live ist dann schleichen sich halt fehler ein ist ja logisch kann ja mal passieren nicht allein schläft ja